Es ist Freestyle, es ist Freestyle, yo, es ist einfach nur Freestyle, yo, check this out, 102.6, uh, yeah, yeah, Dame Davis, in the heads out, yo, yo, hey, yo, das ist Freestyle, das ist nicht auf der CD, das ist frei improvisiert, on air, und ich liebe es on air zu gehen, hier beim RBB, Mom and Dad, I'm in the air, baby, Babelsberger Filmpark, und auch wenn du's traust, nur akustisch wahrnimmst, ich hoffe, dass du dir ein Bild machst, und falls nicht, lade ich's hoch bei YouTube, kurz nach dem Anruf bei den Jungs von Blue Moon, yeah, das ist kein geschriebener Text, digga, das ist ein gefreestylter Track, sicher, ey, yo, ich tue es so pur, 21, 16, Junge, guck auf die Uhr, uh, das, Leute sagen, das wär ein Lama Beat, das ist kein Lama Beat, das ist ein Kendrick-Lama Beat, yeah, und ich fließe wie Lava, wenn es was zu labern geht, sieh, mein Vulkan's aktiv, Schluss mit dem Dreck, Ich rotz kurz was hin, nein, mir bleibt die Spucke nicht weg, und Jan filmt hier, wie ich wieder crazy flow, das ist TV on the Radio, uh, yeah, ich tue's rapider als Wien, realer als Madrid und härter als Berlin, herausragende Tricks, die ihr ausstrahlen müsst, live auf 102.6 Soundgarden Fritz, Damien ist Papa, Piranha ist Mama, und Kathleen zu Hause mit dem nächsten Baby schwanger, yeah, bald ist der Winzling draußen, und ich kauf einen Spielplatz, um das Kind zu schaukeln, yeah, Ich bin sehr, sehr fly, lauf mit den Air Max 3, für euch quer, fällt ein, mein Album kommt am 12. April, aber du kannst es jetzt schon vorbestellen, wenn du willst, im Spoken View Shop oder Amazon, ich hab den Hammer Flow, H2O, Aquadom, Wassertom, Business as usual, ich chill hier im Studio und gab meiner Frau den Laufpass, wie Ricky Rubio, ey, bring all die Maskenträger her, die von sich selbst behaupten, dass sie Attentäter wären, Hip-Hop hierzulande, derzeit ziemlich Standard, die Kids fahren zum Pro-Konzert mit nem Fiat Panda, und ich bin wirklich, dass ich wirklich sehr enttäuscht war, ich frag mich, warum zum Teufel habt ihr Kenny Epson gefeuert, ich möchte echt nicht stressig klingen, aber für mich war er einer der Besten hier im Öffentlich-Rechtlichen, und wär ich nicht so ein fanatischer Rapper, wär ich vielleicht hier der neue Nachrichtensprecher, doch das bin ich nicht, und das hat einen Grund, denn ich nehm nun mal nicht gerne ein Blatt vor den Mund, ey, Oh shit, noch ein kleiner Witz, wisst ihr, was es hier zum Mittag gibt? Nichts, nur Pommes Fritz, yeah, Video killed the Radios down, ich hab Fritz gehört, lang bevor ich Damien war, und jetzt ist Schluss, und ich geb ein Ende, wenn ihr was zu melden habt, dann hebt eure Hände, das war's von Deutschlands bestem Öko-MC, Freestyle nur aus dem Kopf, das ist Königsdisziplin in Sachen Hip-Hop, yeah. Damien, Damien Davis, life, 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 good freestyle, hier im Sommergaden, Ofritz, Damien.